So, halliollo und herzlich willkommen bei Let's Play Force. Ich bin euer Neonatora und heute geht's ab ins Drifttal. Auch wieder in Kalifornien, die Strecke kennen wir doch. Und ja, die anderen sind natürlich auch wieder dabei. Wir haben einfach weiter aufgenommen, ja. Das ist ne Lüge, aber sowas von. Ja, aber sowas von, ey. Hauptsache ein Lügner. 15 Wochen ohne Grid, das war scheiße, glaub mir. Ja, jetzt können wir den Dodge Challenger mal wieder im Drift fahren, aber jetzt mal richtig. Ja, einfach, weil es so geil ist. Ich will ja mal was schauen, hab ich hier andere Lockierungen? Kannst du die jetzt aussuchen, oder was? Ja. Oh Mann. Ich hab jetzt eine weiße Lockierung, mehr seh ich noch nicht. Mazda R7. Ich glaub, das ist die Standard-Lockierung mit den Strichen damit, oder? Pipe RZ, ja, nicht vergessen. Oh ja. Ah, dann hoffen wir mal. Ja, Durchschnittsplatzierung 3, ich hab mich gesteigert vom letzten. Mal schauen, können wir auch noch eine Zweier. Wenn du gegen Snickers und Panos die ganze Zeit spielst. Ja, das wird auch nicht interessant. Vorhin, ey, vorhin, wo du mich gebannt hast aus dem TS, wo ich dann alleine gespielt hab, hab ich zweimal zweiter Platz und erster Platz gemacht. Ja, das, wir müssen eh öfters ohne dich spielen, ohne dich spielen. Ja. Wirklich. Durchschnitt als erstes. Also, hier gibt's jetzt nur um Punkte, um Driften, nicht wer erst da ankommt, richtig? Ja, bingo. Aber schau bitte, dass du keinen behinderst, ja, weil das ist richtig Arsch. Kann ich ja gar nicht, man steht ja fast alleine hier. Ja, trotzdem kannst du einen behindern, wenn du zu langsam bist. Kannst du einen sehr leicht sogar behindern, ja? Ja, dann behindert uns der Panos schon, weil er behindert. Fick dich. Italiener. Ja, das sind die schlimmsten Ingrid, ohne Spaß. Nee, die Franzosen, ne? Ja, und die Spanien. Okay, vom Kurs abgekommen. Ja, ich hatte gerade eine Kollision, macht aber nichts, geht weiter. Ah, ich bin schon lange nicht mehr gedriftet, vor allem S2 nicht, ne? Die letzten Drifts waren immer S3 oder S4. Ja, ich f*** nicht. Hast du schon über 600.000 gemacht, oder was? Nee, ich lache aber gerade über etwas anderes. Über mich? Er guckt mir aber wahrscheinlich zu, was? Also, erstmal Delta zuschauen, wir verkacken. Jawohl, das ist nicht mehr. Ey, ich habe aber nichts gesagt, ne? Jawohl, Delta, oh, noch mal die Weltanke mitgenommen. Oh, Mann. Nee, komm, das ist immer mal nicht so. Drift ist schwer, ne? Ja, hier schon, ey. Bei Gran Turismo 5, da erinnerst du dich, mit meinen Karren, nur die ganze, die ganze Strecke lang gedriftet und, was ist hier? Ja, das ist kein Gran Turismo, das ist Grid. Alter, ich könnte den Controller so wegschmeißen. Brab's nicht, glaub mir. Ein paar Schritte aus Erfahrung. So, 1,5-Kontrolle hat er geschraubtet. Ja, das kann der, ne? Das kann der Junge. Ja, mach ich 1,5-1er komplett im Marsch, und der 2 so ein Teil. Das passt auf auf Kollisionsratenbonus, ja? Gerade Delta und so, dass wir ein bisschen mehr Kohle bekommen. Ja, die 500er, dass ihr bekommt. Nee, sind schon jetzt über 1000 gewesen, ne? Nice! Ist auch mal was neu ist. Yeah, und wir sind Level 2. Meine Plays hat sich aufgehängt. Und das sogar mal bei Grid 2. Ist auch mal was neu ist. Ab Level 5 kann ich die gewünschte Lackierung von Giulietta machen. So, Neo, schnell jetzt weitermachen, bevor Snickers wieder reinkommt. So haben wir wenigstens ne kleine Chance. Verdammt! So, wann hängt sich das Ding... Dann hängt sich das Ding... Du? Oh, es heißt, jawoll! Ja, ich will noch sein. Wenn ich und Neo uns zusammenschließen, dann bist du sehr schnell weg vom Fenster. Hallo, du weißt nicht, was ich mit mir macht. Da blieb ein Ramm. Äh... Du fängst mich. Delta. Ich will doch nur ärgern. Panos hat irgendeinen Dämonenbeschwör... Ja, das glaube ich aber auch. Der anderen Rammen hilft, ja. Nehmen wir, ähm... Duell her, ja. Oder, ne, ähm... Wie heißt das? Tog. Tog. Panos rammt einen übelst, aber so richtig übelst, und der andere wird gekickt. Also wird... Das ist qualifiziert. Obwohl Panos gerammt hat. Genau diesen Typ mal gegen mich. Das ist eindeutig schwarze Magie, anders kann ich es mir nicht erklären. Das war genau wie... Ja, bei uns, äh, bei Gran Turismo war das doch genauso. Du hast dauernd Strafe bekommen, weil du mich gerammt hast, obwohl ich vor dir stand. Das ist aber voll die Versicherungslogik. Wenn du anhältst auf der Autobahn und jemand rammt dich von hinten, ist es nicht deine Schuld, das ist deine. Ja, Panos kann hinten reinkrachen, wie er will. Der andere wird disqualifiziert. Ach so, auch so? Okay, dann... Ja, Panos hat irgendwie schwarze Magie am Werk oder so. Keine Ahnung. Ja, das ist... Ich weiß. Das ist der griechische Gott des Rammens. Der Rammlergott, oder wie? Ja, Rammlergott, genau. Klar, alle mit Alfa Romeo und Giulietta. Ich hasse diesen Wagen. Ich liebe ihn. Also hier in Grid... Nein, 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 hier in Grid, okay, aber im wahren Leben, ich hasse Alfa Romeo und ich hasse Lancia und ich hasse Fiat. Das ist halt Italiener. Das ist halt Italiener. Ja, das sind die Schrottkisten des Jahrhunderts. Ey, vier... Ja, okay, man braucht nicht glauben, dass man einen Turbolader ausbauen kann, alleine. Was? Man braucht nicht glauben, dass man beim neuen Giulietta irgendwie einen Turbolader ausbauen könnte, ne? Oder sonst was. Inwiefern, warum? Naja... Verstehe ich jetzt nicht. So verbaut, wie die Karren sind. Ach so. Ne, nicht nur deswegen. Unfall mit Giulietta, tot. So, jetzt Konzentration. Ja. Also, Delo, du kannst dich schon vorbereiten und bleibst auf dem Platz. Ne... Um Einladung nach dem Rennen. Ja, dritter Platz könnte klappen. Aber ihr fahrt gerade gar nicht so schlecht, muss man sagen. Ich komme euch gerade irgendwie nicht nach und weiß nicht warum. Oh, ihr sofort anfängt zu rammen. Ja, das ist Delo. Ey, ich habe nichts gerammt. Du Psycho. Ohne Spaß. Mein Auto ist eng. Der Kopfraum ist auf. Die Türen sind auf. Ich habe keine Stoßstange, keinen Heckflügel mehr. Nichts mehr. Ah, klar, ne, dafür wirst du mich reuen. Ja, deine Deutsche hat mich jetzt hier blockiert. Sehr nett. Ja, der, der, der rammt auch gerne. Ja. Warte, was muss ich machen denn hier, um zu gewinnen? Ja, ich schaue jetzt so, ich bin hinter dir, wenn du Fehler machst, ich überholt. Ja, du musst so lange wirklich durchhalten. Du bitch. Du hohe. Oh, das passt, Delta. Ja, klar. Toll, jetzt ist es nie aufgrund. Ich bin das letzte Gestartet, der so schnell. Was ist los? Was fahre ich mich? S1. Chicago. Chicago. Chicago, ja. Ja, warte, den Rennen nur, hallo. Ja, dein Checkpoint. Checkpoint. Achso. Wenn ich Panos bitte ram mich nicht. Bitte ram mich nicht. Wir haben die 1 zu 1 zusammenzählt. Nee, nix vorbei. Lass mich doch mal gewinnen hier, du, Lucha. Wisst ich. Gewinnen? Wie willst du gewinnen, Delta? Du Hure, Delta, ohne Spaß. Weiterplatz ist auch gut. Oh, bitch. Mach hin, du verfügter Julieter. Ja. Geiße. Soll ich, soll ich, soll ich, äh, das Rennen aufgeben und zuschauen? Ja, ich glaube, ich bin jetzt wieder zweiter. Go go Gadget. Go go Gadget. 16, hatte ich grad. Wie viel? 16. Sag mir bitte, wenn alle ausgeschieden sind, ja? Delta, ohne Spaß dafür. Dafür wirst du noch mehr räumen. Ich glaube, irgendeine Kurve, wenn du grad so quer stößt, ich fahr dir so rein, auch wenn es S4 ist, mit dem Bugat, ich bring dich irgendwann mit. Wow. Jetzt bin ich auf sieben Sekunden in der Runden. Ja, ich bin jetzt dritter Platz, aber. Boah, nee, herzlich Glückwunsch. Fahrt noch wer? Nee. Nee, nur du. Kann stehen bleiben, Donuts machen. Na ja, was sagt man dazu? Aber, ich hab's dem Panos diesmal gezeigt. Ich hab den so weggebämmt. Ah, das tut mir in der Durchschnittsplatzierung nicht so gut, wenn Nick nicht da ist. Ja, das ist das eine Rennen, weißt du? Jetzt krieg ich eine Einladung wieder dabei. Keiner ladet Nick ein. Keiner ladet Nick ein. Boah, Panos, was hast du gesagt, Panos? Äh, ich hab noch eine offene Rechnung mit dir, ja? Mit wem? Mit Delta. Warum? Er wurde geparnt, nicht du. Nein, den Grid mein ich. Ach so, das meinst du? Ja, sei mal so, wieder Nick und sage einfach, es kommt irgendwann zurück. Ja, es kommt irgendwann zurück. Delta, ich merk's mir. Ich hasse mich. Okay. Das freut mich. Der Panos rammt in Nick. Wer ladet Nick ein? Ja, lade du jetzt ein, Panos. Ja, Nick wird von Panos gerammt und der Nick meint nur, das kommt irgendwann zurück. Zwei Runden später, Panos ist letzter. Ne, brauch ich glaube ich nicht sagen. Aber das war nicht mehr Nummer. Hä? Warum lädst du mich ein? Panos, warum lädst du mich ein? Reflex oder was? Nee, naja, absichtlich. Nein, griechische Nubigkeit. Kein Duell. Ich hab's absichtlich gemacht. Delta, wir fahren Duell gegeneinander. Das bedeutet, ich fahre gegen dich? Oder nee, blödsinn, blödsinn. Wenn Nick jetzt reinkommt, fahr ich gegen den Level 4 Typen. Oh Mann, jetzt bin ich schon wieder alleine. Ist klar. Mach mal Veto, Leute, Veto, Veto. Komm, noch einer, bitte. Delta oder Nerv. Zwei Runden, S4. Jawohl, S4. Oh nein. Äh, Nick. Königseck, Königseck. Auf jeden Fall. Arschloch. Ach du Heilige, wir werden jetzt so abgezogen. Kleiner Tipp, Nick und Panos, bitte wandt uns vor, wenn ihr überholt. Ja, fahrt einfach geradeaus durch. Wir fahren an den Seiten vorbei. Ja, ich bin einfach am überrunden. Ja, warte, warte, ist das nicht Duell? Ist das nicht Duell? Nee, wir haben Veto gemacht. Oh Mann, warum hast du das gemacht? Du hättest gegen den Computer fahren müssen. Dann wärst du gegen den Computer gefahren, wär ihr Arsch gewesen. Dann hätt ich ja wenigstens gewonnen. Ja, jetzt ist halt bester Rundenzeit, wir haben wieder, ne? Also Delta, bitte am Start einfach geradeaus weiterfahren. Ja, bitte nicht irgendwie einbiegen oder so. Außer kommt die Kurve, denn das ist natürlich Zeit. Okay, weil du wirst so überrascht sein, wie schnell die fahren sind. Okay. Wenn dann einer, ich schätze mal zwei Sekunden. Ach nee, es ist ja Zeit fahren, wir starten ja nicht hintereinander. Ach, scheiße. Da fliegt in den Start. Okay, warnt vor und überholt links. Ja, überholt links, ja. Wir sagen schon Bescheid, wenn wir da sind. Ja, denn wer wo startet. Ja, überholt aber links, wenn es geht. Oh, als Vierter. Ich starte als Vierter. Mann, wer hindert jetzt? Der Bremsweg. Der Bremsweg, oh, ne Spaß. Oh ja, alter Junge. What the fuck? Ich hab das voll abgekürzt und nichts bekommen. Leute, wir sind nur zwei Runden, alter, am Arsch. Das ist natürlich nicht so schön. Jetzt hab ich abgekürzt. Das Auge ist echt ein Tier. Biest. Ah, Mann. Komm, gib Gas. Sorry. Ey, ich werd gerammt hier von diesen Snickers hier. Ja, das macht keine Aussicht. Das Auto ist halt schwer zu kontrollieren. Das wirst du noch früh genug merken, wenn du das Auto mal fahren darfst. Hi Panos. Hi. Das ist doch krank. Das ist doch mega toll krank hier, ey. 360, oh, muss bremsen. Brems. Fuck. Oh Gott, oh Gott. Das ist dieser Bremsweg, ey. Ich hab grad einen Königsheck überholt. Ich hab grad einen Königsheck überholt. Juhu. Och. Und? Was fährt der andere für einen Wagen? Auf dem März, wie das. Gleich in dem Spiel, oder? Könnte ich vielleicht gewinnen. Aber der McLaren ist nicht schlecht. Außer er fährt dann die zweite Runde wirklich perfekt. Weil das ist ja ein Zeitrennen. Kriegt ab 300 Bremsen, ja? Nach der Geraden. 300er reicht doch nie mit der Karre, oder? Doch, natürlich. Der schaffst du locker, hat 330. 330 schaffst du locker mit der. 270 bin ich grad gefahren. Nicht schlecht, oder? Wie viel? Ja, ich auch. 270. Also so schlecht ist die Karre, nicht? 3,7 kmh? Ist ja ne Menge. Ja, er ist halt kein Königsheck. Boah, ich hab ne bessere, als der Genick. Oh, wunderbar. Alter, Auto, dreh nicht so durch! Er ist gleich kein besser Königsheck fahren, als der Genick. Kannst du nicht, Junge, die Strecke ist einfach nur scheiße. Ganz ehrlich. Komm, bremst, bremst, Alter! So, jetzt bauen wir mal gemütlich die Runden Zeit auf. Das Tolle, dass es zwei Runden sind, ist, dass ich dann trotzdem noch ins Ziel komme in der letzten Runde. Keinlich. Aber wer weiß, ne? Weil die hier vorne sind. Ja, bei zwei Runden nicht so extrem wie bei vier Runden, oder? Ja, weiß nicht, die Runden sind dann lang. Deswegen sind sie auch nur zwei. Ich hätte so gelacht, hätte zweimal verbockt, ne? Einmal ein bisschen gedreht. Erstmal Delta zuschauen. Lass das Pauners, jetzt schau mal mir zu. Ja, ich schau dir grad zu. Ne, der geht mir, sowas war ein Sack heute. Du sollst kurz vorm Ziel. Ey, warum hast du jetzt da gebremst? Wer? Ich. Ja, ich fahr grad vorsichtig. Ich fahr grad mehr auf Safety. Trotzdem noch rausgebaut, ne? Erstklart Delta, letzte Kurve. Die muss. Vier, drei, zwei, eins. Die kann man schon siften, eigentlich. Hm. Ja, aber guck mal. Hey, warntin. Gut gemacht, Delta. Green Team. Und das in der ersten Runde. Ich wär besser geworden in der zweiten. Ja, ja. Alter, 1,41. Leute, hat mich wieder mal gefreut. Ist wieder vorbei. Zu schnell ist die Zeit vorbei. Ist das ja krass, oder? Drei Rennen haben wir jetzt gemacht. Ja. Komm, wir machen noch ein drittes. Machen wir längere Folgen? Ne, komm. Mach 20 Minuten Folgen. Ja, sind wir bei 15 Grad, ne? Ja, komm. Die haben ein Trophäe verdient. Partylöwe. Hey, nice. Und was bedeutet das? Keine Ahnung. Das ist nicht gut, nicht am Platten. Werde man nochmal. Petrofäe. Mal die Wester durchgespielt. So viel hat man jetzt nicht verdient hier. Aber irgendwie kommen auch keine Löwe hier rein, ne? Ja, irgendwie nicht, ne? Da war schon mal mehr los. Ist doch egal. Ich muss mal ganz kurz schauen, wer online ist, ja? Mmh, Tog. Erstmal Veto machen. Nein, nix Veto machen. Ah, doch, ist wieder Hongkong. Tog, ja. Jetzt können wir gegeneinander fahren, Delta, ja? Ja, also nicht Veto. Das wird jetzt das Let's Play Force Tog Event des Jahres. Und so nennst du das Let's Play auch. Okay. Oh mein Gott. Fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Oh Gott, dieser Dodge, Mann! Du musst den Renntyp ablehnen, damit eine neue, äh, in Teil kommt. Du musst jetzt... Oh, S3, Gott sei Dank. Oh Mann. Jetzt haben wir auch eine neue Minute. Ja, ich dachte, der Auto verändert sich. Oh, ich nehme aber Honda NS4 R. Da hab' einer von uns das Hofs. Ja. Äh, was denn? Nick? Weißt du? Fauen wir die Mazda Pass, wir haben die noch nie gefahren. Ja, okay. Oho, Mats, der RX-7, ne? Ja, der ist ja auch. Du wisst, dass wir ja schon einen Gegner haben. Schafft ihr das trotzdem? Nein, natürlich, easy peasy. Easy peasy. Easy peasy. Alter, Nick und ich sind leider der besten Spiel. Doch, was ist das jetzt nochmal für ein Rennen? Was muss man hier machen? Ach so. Fünf Minuten lang fahren. Ähm, wer erster ist, ist erster. Okay. Sprich, ganz normales Rennen nur fünf Minuten lang, auf Zeit begrenzt. Okay. Höchstgeschwindigkeit 200, weiß, äh, 298 Stundenkilometer. Ja, 400, 27. Ja, toll, du hast einen Köln, 50. 1,000 Stundenkilometer. Bakt ja nice. Bakt ja nice. DLC-Wagen, ne? Ich bin Bama. Nee, auch. Und Delta. Und das ist der andere, der polische Systeme, der Lärm. Ja, der Delta hat auch gelten. Also, den haben wir ziemlich. Einfach dran, der den Junge, zu doof. So ein Asi. So ein Asi genauer Stadt entstehen. Ey, das ist doch geil, immer. So ein Asi. So ein Asi. Und du weißt, und du weißt, dass das absichtlich war. Dafür zweimal, glaub mir. Perfekt im Moment fick ich dich weg, Alter. In deinem Bonus, Alter, ohne Spaß. Und wie er sich aufregt, die kleinen Nugentschnitte. Vor allem, dass er das verändert hat. Ich leck mein Mikro. Kleiner Tipp, der Panus hat die gerade Frau, also Mädchen genannt. Was? Ja. Da hat aber jemand abkürzeln gekriegt. Ja, super. Ja, ich auch. Also, für alle Leute unter 80 Jahren, bitte jetzt kurz die Ohren zuhalten, ja. Denn Panus ist ein kleiner schwuler Homo. Bei der Frau heißt das ja, ähm, Anus, ne? Anus. Bei der Frau heißt das dann Bonus, ne? Achso. So, dürft ihr da die Ohren aufmachen, ne? Falls ihr das hört. Ja, und die Augen auch. Und die Augen auf, ja, Faggen. So, ein bisschen versaut muss man sein. Hi, Panus. Alter! Ich kill. Alter, ich konnte nicht vorbei. Panus. Ah, nee, Delta. Kill Panus hier. Kill ihn. Kill ihn. Komm, stehe ich so mit, ich habe mich nicht dran. Oh, warum? Alter, ich bin letzter einmal, was ganz Neues. Aber der DLC-Karren, Delta, der Honda Civic ist gar nicht schlecht, oder? Ja. Oh, Delta, fügt mich jetzt weg. Oh. Du Hunde, Alter! Jetzt zum dritten Mal, ich schwör's dir, Delta. Jetzt gibt's Beef, Alter, ohne Schasse. Ich habe ihn schon wieder gefickt, den kleinen Griechen hier. Alter, Erste Weltkrieg? Ja. Ist ein Scheiß dagegen, oder was? In Grids. In Grids. Achso, der Erste Grids-Weltkrieg, oder wie? Ja. Krieg dann gegen Italien. Ja, erstmal müsstest du dir einen richtigen Wagen, so wie ich auch hier, holen. Ach, komm, halt die Fräse. Also nicht mit einem überpowerten Karren hier. Äh, die beiden Autos gehören zusammen. Die sind aus einem DLC-Pad. Der Honda Civic ist einfach nur umsonst dazu, so gesehen. Aber die sind aus einem Pack. Hm. Aber da kannst du nicht sagen, der Mazda ist überpowert, oder so. Ja, der Mazda ist überpowert, im Gegensatz zu meiner Karre hier. Ja, das kann sein, aber trotzdem. Ja, deine Karre ist überpowert gegenüber meiner, ne? Ich weiß, ich seh's gerade. Aber ich fahr scheiße gerade. Ey, wie kommt das mit dem McLaren so gut? Ich fahr aber auch nicht gut, muss man sagen, ey, ich guck. Ne, ich guck jetzt bestimmt nicht. Das ist ein Lutscher, dieser Polish Cup, Junge. Nur weil er vor allem am Anfang ran musste, weißt du? Ja, ich weiß. Ne, mich hat er auch ein bisschen unfair auf die Seite geschoben, ne? Aber ich komm ran. Ja. Gut ist er jetzt nun nicht. Ne. Geister. Oh, Mann. Ich seh schon, wenn ich einigen dran bin, dass er mich dann auch wieder wegramt. Als ein kleiner Lutscher ist. Natürlich, das war doch kein Abkürzen, Junge. Doch war's. Nein, das war's nicht. Doch, ich hab's gesehen. Nur ein Reifen war auf das Grüne, und das nennt er Abkürzen, ey. Ja, das ist Abkürzen, wenn er schon am Grün ist, Alter. Und was ist das jetzt? Ist das auch Abkürzen, oder ist das, äh, Unfall im Freien hier? Du bist ein Unfall, so sieht's aus. Oh. Davor bin ich aber vorne. Ne, ne. Ja, in dem Augen ist es noch ein Civic, keine Sorge. Was? Vorne bist du nicht, aber vor mir. Ja, vor dir bin ich. Und daran hat er natürlich einen Vorteil, ne? Unfahrbar, wirklich. Unfahrbar. NSX, ne? Ja, ich weiß nicht, was die Leute sich gedacht haben. Aber ich kann mit der Karre irgendwie richtig gut umgehen mit dem Kühnsteck auch. Ja, ja, du kannst eigentlich alles, was ich sehe. Ich kann mit Bogati Reckodum gehen, ne? Ja, 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 Bogati, was weiß ich, mit dem Panzer. Ja, und? Ich mein, auch mit Bogati muss man fahren können. Da ff gar keines nur mit dem Aerial-Turm fahren, so will ich. Wider? Keiner kann besser mit dem Aerial-Turm fahren, als ich. Aber ich komm da teilweise schon nach, ne? Ja, warum heißt das nicht besser? Sondern, dass wenn ich abkürze. Und du meinst doch mich, oder? Ne. Nein. Ich meinte mir auch. Wir sind nur fünf Leute in der Leut, das ist voll langweilig. Nimmte schon. Aber ich war deswegen voll erst rumgeramme. Aber Panos, du oder ich, wir sind gerade einer von uns hohes, deswegen können wir auch die DLCs fahren. Aber nicht alle. Natürlich alle. So, das war's leider schon. Weit bin ich nicht gekommen. Wir sind ja nicht alle, einer von uns, bei uns hohes, wenn man alle DLC ist, also was glaubst du? Aber naja, das war heute mal das absolute Event hier. Und Tog Event können wir es wohl doch nicht nennen, ne? Ne. Naja, okay, bis zum nächsten Mal. Vielleicht fällt mir ja noch ein guter Name ein. Bye, bye Leute. Ciao.